Aber was versucht Ibn Taymiyyah hier? Er versucht wieder es so darzustellen, als sei diese Begebenheit niemals passiert, als hätte dies nicht stattgefunden, als hätte Bukhari nicht darüber berichtet, als wären die Überlieferungen diesbezüglich in Bukhari nicht existent. Aber wir werden sehen, dass es keinerlei Zweifel darüber gibt, dass Fatima a.s. verstarb und sie war zornig und wütend auf Abu Bakr, dass sie deshalb nachts begraben werden wollte, damit er an ihrem Totengebet nicht teilnimmt und dass sie im Geheimen begraben werden wollte, wieso? Damit sie sie nicht aufsuchen können und um Verzeihung bitten können. Liebe Geschwister, diese Überlieferung befindet sich in dem Werk Sahih al-Bukhari, Tasnif al-Imam al-Hafidh, Abi Abdullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, der im Jahre 256 nach der Hijra verstorben ist. Liebe Geschwister, in diesem Werk auf Seite 745, tut mir leid, liebe Geschwister, in diesem Werk auf Seite 843, also Sahih al-Bukhari, Seite 843, Kitab al-Marazi, und in diesem Fall, ich will nochmal zeigen, welches Kapitel dies genau ist, nämlich Bab Ghazwati Khaybar, Überlieferung Nummer 4241, beziehungsweise auch 4240. In dieser Überlieferung lesen wir Also es wird über die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi berichtet, also hier ist. Und dann sagt, oboserul allahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa mail Und nun liest genau, liebe Geschwister, liebe Geschwister, das Wort jeder kann in dem arabischen Lexikon nachlesen, also sie wurde zornig, also sie wurde zornig auf Abu Bakr. sie hat ihn verlassen, sie hat nicht mehr mit ihm gesprochen, kein Wort hat sie mit ihm gesprochen, sie hat kein Wort mit ihm gesprochen, sie war zornig auf Abu Bakr und sie verstarb und war in diesem Zustand. Das heißt, wir können sagen, sie hat ihm nicht kurz vor ihrem Tod vergeben oder hat mit ihm gesprochen, sondern bis sie starb, hat sie nicht mit ihm gesprochen, hat ihn gemieden und war zornig auf ihn. Und deshalb wurde sie auch nachts heimlich begraben, damit Abu Bakr und der zweite Khalif nicht von dem Begräbnis Bescheid wussten und dass sie nicht zu ihrem Totengebet erscheinen konnten und dass sie sie nicht aufsuchen konnten und um Vergebung bitten können. Wir halten also fest, Abu Bakr hat Fatima a.s. erzürnt. Fatima war zornig auf Abu Bakr. Und nun, liebe Geschwister, im selben Werk, im selben Werk, Sahih al-Bukhari, im selben Werk, auf Seite 745, auf Seite 745, schaut, welche Überlieferung wir da lesen. Seite 745, Überlieferung Nr. 3714. Fatima ist ein Teil von mir. Wer sie erzürnt, der erzürnt mich. Das heißt, wenn der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaih anwesend wäre und wir ihn fragen würden, O Gesandter Gottes, bist du zufrieden mit dem ersten Khalifen, obwohl der erste Khalifat ihn erzürnt hat, was würde der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alaih antworten? Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaih der Liebling Gottes mit jemandem nicht zufrieden ist, kann dann Allah subhanahu wa ta'ala mit demjenigen zufrieden sein oder nicht? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit jemandem nicht zufrieden ist und wenn derjenige die Tochter des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaih erzürnt hat, wie können wir dann demjenigen als Khalifen akzeptieren und denjenigen als Khalifen befolgen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaih Wie können wir jemanden befolgen, über den wir aus Al-Bukhari selbst herausfinden können, dass Fatima zornig auf ihn war und dass derjenige, der Fatima erzürnt, den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaih erzürnt? Und ich denke, ich brauche keinen Beweis dafür, dass derjenige, der den Propheten erzürnt, auch Allah subhanahu wa ta'ala erzürnt. Dafür brauche ich, denke ich, keinen Beweis. Wie kann es sein, dass wir dann jemanden als Khalifen akzeptieren nach dem Gesandten Gottes, als Führer, als Befehlshaber der Muslime, jemand, der die Tochter des Gesandten Gottes erzürnt hat. Und damit haben wir eine Garantie dafür, dass der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alaih nicht zufrieden mit ihm war. Deshalb, liebe Geschwister, dies sind keine Überlieferungen aus den Büchern der Rechtsschule der Ehlulbayt alaihi wa sallam. Dies sind keine Aussagen von Gelehrten der Ehlulbayt, damit jemand kommt kann und sagen kann, die Rafidah hat wieder zugeschlagen, die Rafidah hat wieder die Sahaba beleidigt. Dies sind Überlieferungen aus Sahih al-Bukhari. Aus Sahih al-Bukhari und aus keinem anderen Buch. Und nach ihnen, As-Sahhu Kitabin Ba'da Kitabillah. Das authentischste Buch nach dem Buch Gottes, wie sie behaupten. Und wir sagen, al-simuhum bima al-zamu bihi anfusahum. Haltet sie nach dem an, womit sie sich selber angehalten haben. Und deshalb ist dies eine Hujja für all diejenigen. Eine Hujja, ein Beweis vor Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand wird nach diesen deutlichen Beweisen sagen können, er wusste nichts davon. Niemand wird sagen, er hat davon nichts gehört. Hier sind deutliche Beweise darin. Nicht von unseren Büchern, aus den Büchern der Ahlussunna. Und wie kann man solche deutlichen Zeichen leugnen, liebe Geschwister? Und diese Tatsachen werden euch gezielt verheimlicht. Diese Tatsachen werden euch gezielt verheimlicht. Man baut darauf auf, dass die Jugend sowieso nicht mehr liest, dass die Bücher in den Bücherregalen verstauben. Niemand schlägt sie nach, was die Jugend angeht. Die Älteren hören sowieso nur das, was in den Moscheen gesagt wird. Und diese Wahrheiten bleiben in diesen Büchern drin und werden der Allgemeinheit nicht zur Verfügung gestellt. Und das ist unser Ziel hier, liebe Geschwister. Wir möchten die Wahrheit hier ans Licht bringen. Wir möchten zeigen, was in den Büchern der Sunniten, der Ahlussunna, geschrieben steht über den Konflikt zwischen Abu Bakr und Fatimah und wie den Rang der Herren der Frauen aller Welten geschmäht hat, indem er ihren Zorn oder ihr Verhalten als das charakterisierte, dass sie dies nur für das Diesseits tat, während Abu Bakr dies für sein Jenseits tat. Das war's. Das war's.